Cholesterin ist absolut böse, giftig, ganz das Schlimmste, was die Welt erfunden hat. Und Ziel ist, dass dieses Cholesterin so weit wie möglich runter muss. Das ist mal so die Idee. Und die Grenzwerte sind mittlerweile so gesetzt worden, dass es ohne Medikamente unmöglich ist. Das kann man nicht schaffen. Das kann man nur mit Medikamenten schaffen. Und der nächste Schritt ist auch schon eingeläutet. Die Grenzwerte sind jetzt so gesenkt worden, dass es mit Statinen auch nicht mehr geht. Es geht dann nur noch mit diesen neuen, extrem teuren Spritzen. Wo kann man davon ausgehen, dass ein Mensch von der Einnahme von diesem Statin wirklich profitiert? Sind es vielleicht maximal 10% von all denen, die das nehmen. Was sind die wirklichen Ursachen dahinter, dass die Werte so verändert wurden? Je niedriger ich die Werte setze, desto klarer muss ich diese Medikamente verschreiben. Also da gibt es eigentlich keine andere Diskussion. Das muss industrielobbyiert sein, weil man damit halt einfach diese Medikamente, die machen einen Umsatz. Das ist total gestört. Und die sind ja auch teilweise industriegesteuert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Butter angucke, die, wenn es richtig gemacht wird, schon ein hochwertiges Lebensmittel sein kann, dann kommt auf einmal die Margarine mit ganz vielen Pflanzenölen. Margarine ist in der Regel katastrophale Mix aus irgendwelchen Müllsachen. Dann hat man ja so Kunstmargarinen gebaut, die noch Stoffe drin haben, um Cholesterin zu senken und für die Industrie einen Heidenumsatz. Dummerweise machen aber die Statiner als Molekül auch noch was. Und das ist wirklich was ganz Schlimmes. Es erhöht bei einem Menschen, der gesund ist, das Risiko durch die Einnahme nach ein paar Jahren Typ 2 Diabetes zuckerkrank zu werden um bis zu 20%. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist John Schumann und ich interviewer Dr. Simon Feldhaus. Er ist Chefarzt in der Paramed in der Schweiz. Er ist ganzheitlicher Arzt. Und heute sprechen wir über das große Thema der Statine. Ich habe eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2015, die sagt, dass 4,6 Millionen Deutsche Statine einnehmen, was ja eine riesige Zahl ist. Und ja, Simon, wie schätzt du das ein? Also wie viel davon sind wirklich notwendig? Ja, also erstaunliche Statistik, dass sowas passieren kann. Ja eben, also am Ende dreht es ja nicht um Statin, sondern eigentlich ums Thema Cholesterin. Und die Idee ist, Cholesterin ist absolut böse, giftig, ganz das Schlimmste, was die Welt erfunden hat. Und Ziel ist, dass dieses Cholesterin, vor allem dieses sogenannte LDL-Cholesterin, so weit wie möglich runter muss. Das ist mal so die Idee. Okay, und die Grenzwerte sind mittlerweile so gesetzt worden, dass es ohne Medikamente unmöglich ist. Das kann man nicht schaffen. Das kann man nur mit Medikamenten schaffen. Und der nächste Schritt ist auch schon eingeläutet. Die Grenzwerte für Herzprobleme sind jetzt so gesenkt worden, dass es mit Statinen auch nicht mehr geht. Es geht dann nur noch mit diesen neuen, extrem teuren Spritzen. Also am Ende des Tages geht es darum, einen Wert auf einem Zettel unter einen Wert runterzubringen. Und wenn ich das erreichen will, muss ich das machen. Wenn ich also von dieser Idee her ausgehe, dass diese Zahl auf dem Papier da runter muss, dann sind alle, die das nehmen, korrekt. Weil sie bringen die Zahl damit runter. Das ist nur eine Zahl. Wenn ich den medizinischen Zweck anschaue, also wo kann man davon ausgehen, dass ein Mensch von der Einnahme von diesem Statin wirklich profitiert, sind es vielleicht maximal zehn Prozent von all denen, die das nehmen. Du hast gerade gesagt, es ist unmöglich, also weil die Werte so runtergenommen wurden, es ist unmöglich, diese Werte zu erreichen. Was meinst du damit? Also auch meinst du für gesunde, also ist jeder Erwachsener in Deutschland quasi nicht mehr im Normbereich? Wenn man die Werte anschaut, die jetzt momentan gelten in diesen Guidelines als Risiko, es geht ja auch als Prävention dann, es geht ja nicht nur um Papier von Krankheiten, sondern das wird ja beschrieben als Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall. Und wenn man die Zielwerte, die gefordert werden als Schutz, dieser LDL-Wert, dieses böse Cholesterin, da ist jetzt schon drei, ist extrem hoch, für Herzpatienten ist es jetzt in Richtung eins gehend. Und drei ist schon sehr hoch und man soll eigentlich in Richtung 2,5 gehen. Das schafft ein gesunder Mensch nicht. Das heißt, wenn sowas getestet wird und man ist nicht im Normbereich, dann ist die Folge, dass der Arzt es dann verschreibt sozusagen. Das ist das, was passiert, dadurch kommt diese Zahl, die du jetzt gerade beschrieben hast und die ist steigend, kommt zustande. Weil wenn man einfach sich beim Hausarzt sozusagen eine Gesundheitsuntersuchung unterzieht, ich bin jetzt Mitte 40, mir geht es gut, aber ich will mal gucken, dass das alles okay ist, also durchaus gut motiviert, gesund zu bleiben. Mache ich so einen Test, werde ich feststellen, mein Cholesterin ist erhöht, zack, kriege ich ein Statin. Das geht rappzapp, gerade schon mit der Diagnose kriege ich ein Rezept raus, fertig. Man sagt ja, Primärprävention schützen, dass eine Krankheit erst gar nicht entsteht. Und für diese Indikation gibt es keine einzigste Studie, die beweist, dass Statine das können. Aber es ist eine der Hauptindikationen, warum es verschrieben wird. Gesunde Menschen kriegen ein Statin, damit sie nicht krank werden. Und für das gibt es keine Studie, es gibt keine Daten dazu, null. Und was sind die wirklichen Ursachen dahinter, dass die Werte so verändert wurden? Tja, je niedriger ich die Werte setze, desto klarer muss ich diese Medikamente verschreiben. Also da gibt es eigentlich keine andere Diskussion. Das muss industrielobbyiert sein, weil man damit halt einfach diese Medikamente, die machen einen Umsatz. Das ist total gestört. Und mittlerweile sind sie aber alle die Patente abgelaufen. Deswegen werden sie alle generisch. Die Preise sind runtergegangen. Und genau in dem Moment, wo die meisten Patente, die laufen ja so nach zehn Jahren ab, also in dieser Frist, wo fast alle Cholesterinsenker, alle Statine so frei wurden und damit generische Präparate kamen, kam zuerst eine Nachfolgergeneration, die dreimal stärker war. Und als die jetzt auch patentfrei wurden, wurden jetzt, lustigerweise ist es natürlich rein zufällig, wurden die Grenzwerte so stark abgesenkt, dass es mit den Tabletten nicht mehr geht, weil per Zufall zwei Monate vorher die Spritzen rauskamen. Eine ganz neue Generation von Cholesterinsenkern, wo man spritzt, wo die Cholesterinwerte fast auf null runterbringen. Natürlich. Das ist eine reine zufällige Koinzidenz. Und natürlich keinerlei Nebenwirkungen. Nee, völlig kerngesund. Ja, natürlich, klar. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass die Veränderung der Werte hat jetzt nichts mit Gesundheit zu tun oder mit, ja. Und gar nicht in dieser Primärprävention, in dieser, ich bin gesund und will einfach nur gesund bleiben. Da hat es eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Ja. Lass uns doch nochmal über das Thema Cholesterin sprechen. Da gibt es ja HDL, LDL-Cholesterin, manchmal wird vom guten und bösen Cholesterin gesprochen. Ich denke, da gibt es auch noch einiges aufzuklären. Zum Beispiel auch, dass das Nahrungscholesterin relativ wenig Auswirkungen hat und der Körper selbst viel produziert. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also faktisch, Cholesterin ist ein lebensnotwendiger Stoff. Das ist erstmal das Erste. Cholesterin als Molekül ist ein Baustein, der für ganz viele Dinge im Körper zwingend benutzt wird. Und einer der wichtigsten Faktoren, es ist der Grundbaustein für alle sogenannten Steroid-Hormone. Cortisol, Progesteron, Östrogen, Testosteron, auch alle Geschlechtshormone bauen auf Cholesterin auf. Also der Körper braucht Cholesterin und dann geht das in den Eierstock von mir aus oder in die Hoden. Und dann wird aus diesem Cholesterin wird was dran gebaut und dann ist es nachher Testosteron oder Östrogen. Also ohne dieses Cholesterin wäre eine Hormonbildung unmöglich. Es ist also ein gesunder Botenstoff. Jetzt kann man aus dem Cholesterin aber eben noch zwei zusätzliche Dinge bauen. Und da gibt es das sogenannte Bessere und Schlechtere. Das hat was mit dem Gewicht der Größe, der Schwere des Moleküls zu tun. Ich kann das so ein bisschen umbauen. Da gibt es das Low Density, heißt dann LDL. Das sogenannte High Density, hohe Dichte, schweres. Das heißt dann HDL. Das Problem an der Sache ist das, Cholesterin ist am Ende ein Fettmolekül und Fette können ranzig werden. Also Fette können mit Sauerstoff eine Verbindung eingehen, dann werden die ranzig, dem sagt man chemisch oxidieren. Jetzt ist es so, dieses leichte LDL, also das leichte Cholesterin, das LDL, das kann, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt, oxidieren. Und dann heißt das oxidiertes LDL und dieses oxidierte LDL kann dann tatsächlich eine Entzündungsreaktion triggern. Das stimmt. Das HDL ist so schwer, dass das nicht oxidieren kann und wie das leichte LDL dann wie schützt. Und deswegen kann man sagen, es gibt ein gutes Cholesterin, dieses HDL, das schützt. Und es gibt ein böses Cholesterin, das LDL, was gar nicht böse ist, aber eben mit Sauerstoff reagieren kann und dann macht es eine Entzündung. Wenn das LDL nicht mit Sauerstoff reagiert, wenn es nicht oxidiert, passiert gar nichts. Also LDL ist nicht böse. Es kann einfach oxidiert werden. HDL würde das LDL schützen. Deswegen redet man von den beiden. Aber schon das stimmt nicht, weil wenn man es genauer betrachtet, gibt es nicht etwa ein LDL, sondern fünf. LDL 1 bis 5. Nur die Nummer 4 und 5 ist wirklich gefährlich. 1, 2, 3 ist überhaupt nicht gefährlich. Also es gibt schon Untergruppen vom LDL. Und dann muss dieses LDL als erstes aus dem Blut in die Gefäßwand kommen. Das kann es. Wenn es jetzt dann dort oxidiert, dann bildet es eine Entzündung, die dann am Ende zu einer Atherosklerose führen kann. Aber eben nur die gefährlichen Teile vom LDL und nur wenn es oxidiert. Wenn jetzt das LDL da ist und es nicht oxidiert, passiert überhaupt gar nichts. Null. Da wir aber natürlich in einer Welt leben, wo oft auch freie Radikale der Fall ist und 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 und, haben wir natürlich ein höheres Risiko, dass es oxidiert. Das ist so. Jetzt ist das aber bei weitem auch nicht die einzigste Substanz, die oxidieren kann. Es gibt noch ganz viele andere Lipoproteine, Triglyceride, die echten Blutfette. Und dann gibt es zum Beispiel einen Stoff, der heißt Homozystein. Das ist einer der giftigsten Stoffe, der im Körper vorkommt, der noch stärker solche Entzündungen machen würde als das oxidierte LDL. Und bei einem gesunden Menschen ist das Homozystein für die Gefäßwand viel gefährlicher als dieses LDL. Aber das misst kein Mensch, weil die Behandlung vom Homozystein wäre Gabe von Folsäure. Ist sowas von günstig, dass das keinen interessiert. Deswegen wird das erst gar nicht gemessen. Man fokussiert auf einen einzigen Wert, den man misst und hat das Gefühl, der alleine sei Match entscheidend bei einem gesunden für die Entzündung in der Gefäßwand. Dabei gibt es noch fünf andere Faktoren, die mindestens genau oder beim Homozystein vielleicht sogar gefährlicher wären als das LDL. Nur eben, die anderen Dinger kann man nicht mit einem Medikament weghexen, sondern die anderen Dinger kann man mit Lebensstil, Folsäure, also mit ein paar banalen Sachen behandeln. Und nur das LDL ist das Einzige, wo man eben nicht kann, weil du hast es schon gesagt. Das eigentliche Problem ist nämlich, weil es ja ein lebensnotwendiges Molekül ist, baut es der Körper selbst auf. Er braucht es ja. Er braucht es auch zur Reparatur. Er braucht es für alles. Zum Leben, zum Reparieren, zum Sein. Ohne Cholesterin sind wir tot. Also ist ja klar, dass er es aufbaut. Und am Ende des Tages, das ist wichtig für Stresshormone, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Stress im Leben habe, weil ich viel mehr tue, dann braucht der Körper auch mehr Cholesterin, um die Stresshormone zu bauen. Also produziert er mehr. Wenn man das Cholesterin im Blut anschaut, dann ist etwa 80 Prozent von dem, was im Blut ist, wird selber produziert. 20 Prozent esse ich noch zusätzlich. Und deswegen ist ein erhöhtes Cholesterin zu 95 Prozent nie durch Essen verursacht, sondern durch eine erhöhte eigene Produktion. Und ja, jetzt gibt es Menschen, die haben genetisch einfach eine höhere Produktionsrate. Unnötig. Es müsste gar nicht sein, aber der Körper produziert einfach ein bisschen mehr. Das ist jetzt halt so. Und da bringt es gar nichts anders zu essen. Ich kann auch nichts essen, das Cholesterin bleibt da. Und deswegen bei den meisten Menschen ist die Ernährung völlig raus. Beziehungsweise könnte es sein, dass die Cholesterinwerte sich indirekt durch eine Fehlernährung erhöhen können. Nicht, weil man Cholesterin über die Nahrung zu sich nimmt, sondern Fastfood, Zucker, Pestizide, sehr minderwertige Nahrung. Und dass dadurch der Körper noch mehr Cholesterin produziert, um da Sachen zu reparieren und auszuhelfen. Das eine ist genau das. Dadurch, dass ich durch irgendwelche Sachen Schäden setze, muss ich die Schäden reparieren. Dann baut der Körper mehr Cholesterin auf. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehr viel Fruchtzucker, zu viel Fruchtsäfte nehme, da geben die Triglyceride rauf, die reinen Blutfette. Die machen auch Dinge kaputt, wo ich auch wieder reparieren muss. Also natürlich kommen indirekte Faktoren ebenfalls noch ins Spiel. Aber es ist eben nicht, weil, so typisches Beispiel, alle haben ja immer erzählt, Eier sind gefährlich, weil Eier enthalten viel Cholesterin und ich darf keine Eier essen, weil das macht Cholesterin. Das ist jetzt ausgemachter Unsinn. Im Ei ist Cholesterin, das stimmt. Aber die Menge, die drin ist, hat mit der Menge im Körper überhaupt nichts zu tun. Also durch Eier erreiche ich nie einen hohen Cholesterinspiegel. Gibt es sogar im Gegenteil. Es gibt interessante Daten, dass wenn ich gesund bin und ich esse vier Eier am Tag, dann wird mein Cholesterinspiegel sogar runtergehen, weil im Ei auch noch ein Gegenspieler drin ist. Deswegen, also die meisten Empfehlungen, die irgendwie auf Cholesterin senkendes Essen beruhen, sind völliger Blödsinn, da passiert überhaupt nichts mit. Und die sind ja auch teilweise industriegesteuert. Wenn ich mir zum Beispiel die Butter angucke, die, wenn es richtig gemacht wird, schon ein hochwertiges Lebensmittel sein kann, mit vielen fettlöslichen, guten Substanzen drin. Und dann kommt auf einmal die Margarine mit ganz vielen Pflanzenölen und mit sehr viel industriellen Aufwand zusammengebaut. Und das ist dann quasi das neue Superfood. Dann sollte man das auch mal kritisch hinterfragen. Ja, es sind gehärtete Fette drin, es sind Öle drin, es sind Omega-6-Fettsäuren in Margarine. Es ist in der Regel katastrophale Mix aus irgendwelchen Müllsachen. Oder natürlich, man hat es noch schöner gemacht dann, weil ja die Butter gefährlich ist und Cholesterin gefährlich ist. Dann hat man ja so Kunstmargarinen gebaut, die noch Stoffe drin haben, um Cholesterin zu senken, indem man die Cholesterin-Aufnahme aus dem Darm blockiert über diese Margarine. Also man hat, Functional Food heißt das ja so schön, man hat dann Nahrungsmittel verändert, funktionierend gemacht und alles mit der Idee, das gegessene Cholesterin zu reduzieren. Das bringt nüt, aber es klingt natürlich super und für die Industrie ein Heiden-Umsatz. Okay. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, dann heißt das ja, dass diese, also ich hatte die Zahl 2015 4,6 Millionen Deutscher. Ja. Heißt, die Zahl ist jetzt noch viel höher und wird in Zukunft noch deutlich höher sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja quasi jeder Erwachsene, der zum Arzt geht, das testen lässt, hat zu hohe Werte und bekommt es dann verschrieben. Es ist dringend gefährdet, den Cholesterinsäcker zu kriegen. Also das ist so. Also allen Ernstes in Amerika wurde diskutiert, zwar dann lächerlich, dass es nicht so gemacht wird, aber der Gedanke ist ja dahinter und der wird auch so ähnlich kommen. Dort hat man tatsächlich mal diskutiert, das Zeug ins Trinkwasser einzubauen, damit man es nicht verteilen muss. Am Ende ist das, das Schlimme dahinter ist wirklich dieser Punkt. Die Werte sind mittlerweile so, dass ich sie als gesunder Mensch praktisch nicht erreichen kann. Also wird praktisch bei jedem die Indikation für einen Cholesterinsenker gestellt werden können. Punkt. Und wenn ich nicht weglaufe, werde ich das kriegen. Okay. Und das heißt auch, da wird wieder ein relativ großer Schwanz an Nebenwirkungen da dran hängen. Wenn man sich damit beschäftigt, ich habe jetzt so Schlagwörter gefunden wie Krebs, Diabetes, verschiedene Schmerzthematiken oder auch negative Effekte auf die Darmflora. Aber was kannst du so beobachten, was sind die häufigsten Nebenwirkungen und die drastischsten? Ja genau. Der Punkt ist ja, wäre eben, wäre alles okay, wenn das jetzt irgendwie eine Substanz wäre, die einfach einen Cholesterinwert senkt und sonst nüt macht. Da hätte man sagen können, ja, ja, komm, macht euren Kram. Passiert eben leider nicht. Das Dumme ist ja, dass das nicht einfach Cholesterin senkt, sondern es hat mehrere Faktoren. Der erste Faktor ist einfach immer der Faktor, dass Cholesterin blockiert wird. Dann fehlt es, was für Hormone nicht gut ist. Das zweite Problem ist, es wirkt eben so, dass dieses Förderband, dieses Herstellungsband für Cholesterin, das wird angehalten. Das ist ein Enzym, hat einen komplexen Namen, HME-QA-Reduktase heißt das Ding. Das wird einfach blockiert und dann kann man kein Cholesterin bauen. Das Dumme an der Geschichte ist, das ist schon mal die erste schlimme Geschichte, auf genau diesem Förderband wird nicht nur Cholesterin hergestellt, sondern auch noch Q10. Q10 ist eine der wichtigsten körpereigenen Substanzen, die das Herz und die Gefäße schützt vor freien Radikalen und in den sogenannten Mitochondrien, den Zellkraftwerken, hilft Energie zu produzieren. Das ist absolut lebensnotwendige Mikronährstoffgeschichte. Und der Körper stellt das selber her und dieses Band wird angehalten. Logischerweise wird dann auch die Q10-Produktion angehalten, das heißt, wie beim Cholesterin, die Werte gehen runter. Das Dumme an der Sache ist, dass Q10 eben ein schützender Faktor und ein Energieträger ist, geht runter. Damit wird das Herz gefährdet, damit werden Muskeln gefährdet, damit gehen Energieproduktionen runter. Und eine der bekanntesten Nebenwirkungen dieser Statine sind ausgeprägte Muskelschmerzen. Und man hat immer wieder festgestellt, dass nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen, diese Muskelschmerzen dann aufhören, wenn man das Q10 wieder nimmt und den Mangel beseitigt. Also dieser Muskelschmerz entsteht wegen dem Q10-Mangel, nicht wegen dem Arzneimittel. Dummerweise machen aber die Statine als Molekül auch noch was. Also das war jetzt eine Nebenwirkung, weil halt einfach dieses Band angehalten wird und nicht nur Cholesterin drauf ist. Das Molekül selbst, also die chemische Struktur, macht auch Nebenwirkungen. Und die zwei wichtigsten, und das ist wirklich was ganz Schlimmes, es erhöht bei einem Menschen, der gesund ist, das Risiko durch die Einnahme nach ein paar Jahren, Typ 2 Diabetes zuckerkrank zu werden, um bis zu 20 Prozent. Das heißt, er hatte vorher kein Risiko und ich habe jetzt ein 20 Prozent erhöhtes Risiko, zuckerkrank zu werden. Hätte ich nicht ohne diese Medikamente. Und in der anderen Seite gibt es Daten, die ein Risiko für Parkinson in der Zukunft zeigen, wo er auch zwischen 15 und 18 Prozent liegt. Also wir haben Risikoerhöhungen durch diese Cholesterinsenker, wenn man sie einem gesunden Menschen gibt, was ja leider ganz oft jetzt passiert, dass dieser gesunde Mensch dann nach fünf Jahren auf einmal einen Typ 2 Diabetes hat oder einen Parkinson entwickelt, wo er sonst nie entwickelt hätte. In einer Konstellation, wo dieses Statin diesen gesunden Menschen noch nicht mal Gesundheit bringt. Es schützt noch nicht mal was, weil die Daten für diese Primärprävention sind inexistent. Katastrophe. Und dann gibt es natürlich Informationen, ja, vielleicht ist sogar die Krebsentstehung erhöht. Wobei, da muss man vorsichtig sein, Krebs ist nie monokausal. Also Krebs entsteht nicht wegen einer Substanz. Aber vielleicht eben entstehen Konstellationen, die Krebs häufiger werden lassen oder, oder, oder. Gibt es noch viel andere. Mir reicht schon das mit dem Diabetes und mit dem Parkinson. Das möchte ich nicht. Für eine Substanz, die dem Gesunden nichts bringt, das versteht kein Mensch. Außer wenn man wieder überlegt, dass Sekundärinteressen eine Rolle spielen könnten. Ja. Du hast, glaube ich, am Anfang gesagt, dass du denkst von dieser Statistik, die ich gesagt habe, dass es nur wahrscheinlich bei zehn Prozent davon wirklich notwendig wäre. In welchen Fällen wäre das dann notwendig? Und wahrscheinlich auch dann, es muss ja nicht immer eine Dauermedikation sein, sondern man kann es vielleicht, übergangsweise kann es sinnvoll sein. Und dann kann man ja auch durch Lebensstiländerung und Vitalstoffe da auch einiges verändern. Also es gibt eine Geschichte, wo es undiskutabel ist, muss man sagen. Da wäre mal blöd oder hart ausgedrückt, da schützt man das Leben. Ja, plötzlich und unerwartet ist das Video jetzt hier an dieser Stelle zu Ende. Auf YouTube zumindest. Weil, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist mein Kanal aktuell unter spezieller Beobachtung. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, vermehrt die kompletten Videos auf einer anderen Plattform hochzuladen. Ja, weil vielleicht auch gewisse Interessengruppen das nicht so toll finden, die Informationen, die hier verbreitet werden auf YouTube im großen Stil. Und deswegen, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat und du noch das komplette Video sehen möchtest, es folgt noch eine weitere knappe Viertelstunde Videomaterial, dann klick einfach unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das Ganze kostenlos anfordern. Da gibt es noch einige spannende Informationen zu holen, sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören und viel Spaß mit dem kompletten Video. Bis dann, ciao.